Irgendwo stand ein super sympathisches Quartett. Es hätte niemand anders gedacht. Und gerade darum ist es ein geiler Move. Wir erwarten heute einen Gast. Und wir wissen nicht, wer der Gast ist. Ciao, ciao! Und? Verdammt lustig, er ist der einzige Wagen. Dominik Zwerger. Ja, das soll ich gut. Stache Leistung. Und einen Applaus. Mir ist egal, was jeder über mich denkt, die zeigt, was ich denke. Er hat mir super Spaß gemacht. Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir fertig. Jungs, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Die Qualität setzt sich einfach auf allen Stufen durch.